So, hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Kornel, wir sind zurück bei Pflanzen vs. Zombie. Ich bin der Entertainer of the World, herzlichen Glückwunsch. Ich bin, ich bin der beste Mensch der Welt, denn mein Popo stinkt nicht nach dem Kacken. Es tut mir leid, ja man, ich wollte auch mal jetzt der lustige Entertainer sein, jup. Denn ich bin der Rapper Kornel, der MC Kornel. Ich bin Kornel ohne Worte, ohne Kornel ohne Sorte. Ich bin Kornel, ohne Worte. Ja, ich bin der von der ganz besonderen großen Sorte, ich bin Kornel, wunderbar. Kornel macht das klar, ich bin Kornel, der mein Let's Play, das Ding. Bling, bling. Ja, wir spielen eine Runde Bowling, dachte ich mir. Warum? Es ist so relativ einfach, da musst du nichts machen außer Bowlen. Schade, dass ich nicht noch irgendwas getroffen habe. Wir haben hier übrigens, ihr seht das vielleicht, wir haben hier Giant Walnuts. Wir haben Walnuts und wir haben natürlich hier wieder diese explodierenden Walnuts. So, die Giant Walnuts laufen, glaube ich, einfach ihre Lane entlang und machen alles platt, so ein bisschen wie der Rasenmäher quasi. Und, ähm, ja, die Explodierenden kennt ihr auch, die explodieren halt, schade. Wir haben drei Wellen zu überstehen. Ist das nicht schon das dritte Bowling? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich vertue ich mich da. Äh, einfache Taktik, ne? Die Zombies sind mal so weit wie möglich nach vorne kommen lassen. Aber, aber, ich weiß nicht, ob man hier, ob man hier Nüsse verliert, wenn man jetzt, jetzt ist ja die Anzeige voll. Wenn jetzt dann ein neues Nüsschen kommt, bleibt der einfach dahinter stehen, sodass man den zwar nicht sieht, der ist aber trotzdem in der Reihe? Oder verliere ich dann Nüsschen? So, jetzt, wenn, wenn ich jetzt hier eine Stunde so bleibe, kommen die nächsten Nüsschen dann trotzdem an? Oder muss ich, habe ich dann dann weniger? Ja, das ist eine Sache, die ich mich immer frage. Natürlich Treffstehen nicht. Da, 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 da. Äh, zack, ja, das könnte, ja, wunderbar. Wenigstens noch einen mitgenommen. Die gehen immer so knapp vorbei, als ob es geplant ist, dass die nicht treffen sollen. Ja, kommt erst mal ein Stückchen. Ich hab, ich hab zwei. Oh, scheiße. Da kommt eine, äh, ein Stabhochspringer ist natürlich so eine Sache. Weil die sind auf der einen Seite schnell, vor allen Dingen sind die so schnell und die hüpfen dann auch erst mal eine Runde. Das heißt, wenn du die erst hier hinten das erste Mal, ähm, anvisierst, dann, ja, sind die hier hinten, hüpfen drüber und dann hast du die Kacke im Dampf. Ich hab halt noch genug, äh, von den, ja, sehr gut. Ich hab halt noch genug hier von den Nüsschen, aber. Sehr gut. Da, da, ja, wunderbar, der, ein Eimer Zombie getroffen. Das ist ganz wichtig. Da, die ist eine ganz wichtige Sache. So, wieder einmal Zombie getroffen. Komm, gib mir bitte, gib mir bitte Walnut. Dankeschön. Ah, ja, für den da oben brauch ich wieder zwei. Ah, scheiße, ey. Ja, musste ich machen, weil, ja, ich hätte ja eine Walnut gebraucht, da wäre er drüber gesprungen und dann hätte ich eine Walnut gebraucht, um ihn zu töten. Hätte nicht mehr funktioniert. Hätte nicht mehr so funktioniert. Wir haben die erste große Welle am Start. Das ist wunderbar. Schade. So, Bäm. Korne, Zombie, du siehst super aus. Dein Bart, deine Haare, deine Augen sind in Schmaus. Fress diese Walnuss. Ja. Ich bin ein wenig kernbehindert. Und trotzdem sage ich euch, Kerne sind behindert. Alter. Das ist ja, das ist so abgrundtief. Nein! Pauli, ja. Die war eigentlich ganz gut gesetzt, damit bin ich hochzufrieden. Ja, war eine gute Nuss. Ich bin hier noch ein bisschen, ich komme ein bisschen in die Bredouille. Muss ich hier meine erste? Alter, alter, alter. Komm, bitte, 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 bitte. Hm, das war knapp. Das war, das war, das war, das war, Arschhaar reif. Ne, wie sagt man, Arschhaar knapp, ne. Arschhaares breite. Arschhaares breite, sagt man, oder? Ich glaube schon. Oh, die Zombies, einmal Zombies sind auch mit einmal tot. Okay. Mann, dass ich den da nicht treffe, das ist immer ärgerlich. Und BÄM! Disco Zombie down. Und BÄM! Ähm, hallo, hallo! Ja, entspann dich doch mal. Minion, BÄM! Wunderbar! Ich brauche normale Walnuts, dürfte ich bitte welche bekommen? Ich will das hier doch nicht verlieren. Das ist echt gar nicht so einfach. Ja, wunderbar, der war gut. Ah, schade. Hätte ich da den Disco Zombie getroffen? Wow, 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 jede Menge Kohle. Ja, die hat natürlich, ich glaube, das war der, krass, ey. Wie die manchmal auch einfach da durchratzen und nichts treffen. Das ist echt der Wahnsinn. Da sind 100 Millionen Zombies, ja genau, so ist doch gut, ey. Das sind 100 Millionen Zombies und die treffen nichts. Hm. Ja, musste ich jetzt einfach mal so opfern. Den muss ich für den wahrscheinlich auch. Ja, kommt da mal eine hin und, ähm... Ja, hätte vielleicht auch so geklappt. Ärgerlich. Ja, jetzt gerade wird es ein bisschen brenzlig, ne? Jetzt gerade wird es ein bisschen brenzlig. Sind so viele Nüssien, die ich schon hier verbraucht habe. Alter. So, wir setzen mal die erste Tollnut ein, beziehungsweise Giant Walnut. Boah, da brauchst du von vorne brauchst du da fünf Stück für. Krass. Wenn du die von der Seite triffst, sind die sofort tot. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht schaffe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Scheiße. Also, sie ist echt gar nicht so einfach, ne? Das ist... Ach, kann der nicht treffen, ey. Wunderbar. Money, 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 always funny in a different world. Money, 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 always funny in a rich man's world. Ja, die Maus, die kleine süße Maus, die kommt der Saft in die Tüte und die kommt dann wieder raus. Warum hat der Kieselöch und der Kieselöch und nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wisst ihr, was ich meine, bist du, was ist los? Blablabla, ich kann den Text leider nicht mehr. Ja, die ist ein bisschen schade. Ja, die Maus, das kennt ihr doch, oder? Ich habe das ja letztens schon irgendwo gesungen und habe mir gesagt... Also, ich weiß nicht, meint ihr das mit dem Jingle, dass ihr das nicht kennt? Das ist von Stefan Raab. Hier kommt die Maus. Stefan Raab, hallo? Hier kommt die Maus. Ja, die Maus, die Maus. Die kleine süße Maus, die kommt der Saft in die Tüte und die kommt dann wieder raus. Komm mal, der Kieselöch und der geht's gut nicht, oder? Ich bin Double Time-Experte, Alter. Ich bin das Double Time. Ich bin Mr. Double Time, nennt man mich auch. Ey, Mr. Double Time, komm mal klar auf dein Leben, du Nazi. Ja, ich bin einfach ein lustiger Typ. Ich bin ein lustiger Typ. Muss man auch einfach dann mal so sagen. Das muss man auch zustehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, komm, mach platt alles, ey. Ey, das ist ja warnt. Zack. Wunderbar. Wunderbarast. Ähm, dürfte ich eventuell? Ich brauch nur, danke. Okay, wenigstens bis zur letzten großen Welle alle Rasenmäher noch behalten, weil dann haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. So, dankeschön. Zack. Zack, zack. Dieses Bowling ist... Also, ne, auf der einen Seite ist es ja... Ja, hallo. Auf der einen Seite ist es ja echt einfach, aber dann ist es auch wieder... Auch wieder nicht so einfach, ne? Ich weiß auch nicht, das hat echt... Das ist halt echt eine Schwierigkeit, was man gar nicht glaubt, weil eigentlich kriegt man ja alle nüsst hier, aber... Na, ich weiß nicht, ich hab ein bisschen Angst gerade, dass ich es verkackele. Äh... Aber gleich kommt die letzte große Welle und dann sollten wir das hier auch gepackt haben. Weil wir haben alle Rasenmäher, die machen ja dann sowieso alles platt. Ja, komm, halt den Mund, zack, wunderbar, wunderbar, ah, schöne Kombo. Meine Fresse. Da ist ja Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, der absolute Wahnsinn. Zack, zack, bäm. Dankeschön, Geld ohne Ende. Zu Geldtechnisch lohnt sich das auch, he? Glaube ich. Muss halt alles mit der Hand einsammeln, das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten... Döp, 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 döp. Ja, wunderbar, ein Disco Zombie Down. Alter. Alter, 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 das sind viele Münzen. Das sind viele Münzen. Die musst du doch erstmal alle einsammeln, ne? Scheiße, das sind vor allen Dingen viele Zombies, ey. Zack. Oh, das war jetzt gut, ey. Aber jetzt haben wir halt kein Nüsschen mehr. Ich hoffe, das reicht noch. Wobei, jetzt können wir die Rasenmäher aktivieren, dann müssten wir eigentlich alle töten. Wollen wir das mal machen? Ich habe ein bisschen Angst, dass es schief geht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es schief geht. Deswegen lasse ich das mal. Wunderbar. Das war viel, was da gestorben ist. So, noch vier Zombies. Kriegen wir auch noch platt. Wunderbar. So, und top, die Wette gilt. War doch nicht so schwierig. War doch nicht so schwierig. Ich habe vergessen, meine Uhr, meine Stoppuhr neu zu machen. Der letzte Bad war ungefähr 20 Minuten. Bedeutet, der Part ist jetzt ungefähr sein, ja, es sind jetzt 13 Minuten, so um den Dreh, ne? Pogo-Party, scheiße, Alter. Pogo-Party hört sich ein bisschen krass an. Wir gehen auch mal ein bisschen in den Zen-Garten. Hier, ich will die jetzt gerade nicht so richtig, ich will die nicht glücklich machen eigentlich, weil, ich würde die gerne alle gleichzeitig glücklich haben. Aber die sind halt noch glücklich. Das habe ich aber auch erst heute Nacht irgendwann gemacht. Das heißt, ja, komm dann hier, nimm, zack, damm, zack, damm. Wunderbar. Ja, ich habe zehn Schokoladen, das ist gut, weil Schokolade braucht man für die Schnecke, damit die schnell ist und eine Stunde lang rumläuft, weil so, so schläft die Schnecke die ganze Zeit irgendwann ein. Nach drei, vier, fünf Minuten und du musst immer wieder draufklicken. Mit der Schokolade hält die eine Stunde und wenn man hier den ganzen Zen-Garten voll hat, lohnt sich das wohl. Wie ich hörte. Ich werde auch mir weiterhin, man kriegt jeden Tag neue Marigold, Dinger, hier dazu sind die Marigold. Und da kriegt man jeden Tag eine neue, also drei neue und ich werde mir die auch kaufen, ich werde mir die auch kaufen wie sonst was, bis ich alles voll habe. Klar, es droppen auch Pflanzen und das sind dann andere verschiedene und natürlich würde ich gerne verschiedene Pflanzen, die hier drin haben. Aber ich kann ja erstmal alles mit Marigold zupflanzen und sollte dann der Punkt kommen, wo ich eine neue Pflanze kriege und die alles voll ist, kann ich ja Marigold einfach verkaufen. Ich frage mich auch, wie viel Geld man wohl für so eine Pflanze kriegt, das ist, das würde ich gerne wissen, aber ich will mir, ich will jetzt keine verkaufen. So, wir haben schon wieder 66.000. Ich habe mir letzte Folge, die für 7.500 die Spiky Pflanze gekauft und wir haben es schon wieder fast drin. Also es ist sehr gut. Noch 14.000, dann hätte ich, könnte ich mir den 10. Slot kaufen. Das ist auch das, wo ich jetzt auch drauf sparen werde. Danach werde ich mir alle Pflanzen kaufen.